Ja, jetzt falle ich mich Da ist auch ein Ingenieur, ne? Und da ist Futur auch schon Oh, da vorn ist ein Helvester, passt auf, oben drauf Geht zu mir, Leute Jetzt komm ich Da kommt er Da kommt er Ja, da kommt er angefahren Hallo, bin da Ich auch Ja, das hat er sich sicher auch anders gedacht, ne? Ja, der ist los Und vorn auf der Strasse Ach, komm zu mir geniegt Und vorn zu den Zervos Wenn's losgehen kann, sag Bescheid 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 Sag Bescheid, Bescheid Geid Okay Da ist ein Spion vor uns Achtung, links Jungs, ich werd aber noch gar nichts mehr machen Oder so Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh my God Weiß noch? Auf und schlag, doch Ja, lauf offiziellen Straßenfahren Ey, guck ein bisschen nach Mienen, wenn ihr auf Wegen fahrt das hat unser EOD-Hand, der sieht wie Noxon, macht dir keine Sorgen, ich hab EOD hat Oh Gott Außerdem lass ich ihn eh vorfahren Sehr nett Ja bitte, immer wieder gerne Wir haben ja noch einen Random Sound wieder bei So, warte kurz, weil die anderen sind noch bis hin So, sind alle da Warte, ich muss wieder hinter Severus fahren Guck mal, Teile werden die hier wahrscheinlich zerfetzen Da ist ein leichter Soul-Tour Ah, was hast du? Ach, schade So, Sandroer-Suche Bestimmt nochmal vorne links rein Dickchen Ist ganz allein, ne? Warum bleiben die alle stehen? Ja, weil sie lieber auf den Quadreter losgehen Linksrum, linksrum, linksrum Ey, die trefft ja sowieso nicht, die sind nur in den Gebäuden drin Links auf dem Berg ist ein Harrisau Lass mal stehen Amir ist weg Gut Feindliche Galaxy im Süden Galaxi da oben Ja Ja Aber da haben wir nicht Die treffen wir nicht Ah, die schürzt ab oder dreht ab Die dreht auf Hö Kommen zu Zervos, Leute Weiterfahren, weiterfahren Nicht stehen bleiben Da ist ein leerer Sandi Ne, Darkseiner Miner Umdrehen Umdrehen Nur mal so zu ihm vor Ja, Zervos, warte mal Die anderen Hinter uns, Theresa und McRider Da Auf dem Bergbogen Kann sich einwirken Äh, Leute Hier der Sandro neben mir hat Sextum, schnell weg Feind dein Bebel Ähhh Amdor und der Vorsicht Ausgestiegen Ja, jetzt verleg mich Da ist auch ein Ingenieur, ne? Wat? Äh, Harry Thanks Leute, ich muss jetzt offline Ok, ciao Ja, ciao Ja, da muss jemanden Da muss man einen Key Styler hier ersetzen Fixchen, wo spawnst du? Äh, beim... Moneylink Satellite Ich komm, Harry Achtung Achtung Links ist ein Lightning Links ist ein Lightning Max Ost Da hinter dem Stein Äh, rechts Sky Ja, hier hast du Ja, hier hast du deine zwei Schicks Ja, Lightning Lightning Weiter, weiter, weiter So, vorne schon mit Da vorne, da hinten umdrehen Wir fahren jetzt mal Da vorne zu den Lightning Der ist direkt vor uns, Jungs Achtung Rotoran, ich fahr zurück Ja, fahr ruhig, fahr War das eben Freestyle leider abgehornet Ja Ich brauch noch einen freien Schützen Der wird noch nicht überfahren Der wird noch nicht überfahren Wo ist ein Rot daran? Vor, 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 vor Äh, der ist vorne Der ist vorne Achso Infantriestorm Äh, da roch was Und dann kommt noch ein Macky Ja, ist ja Herro ist hinter euch, Jungs Herro ist hinter euch, passt auf Jawoll Danke Oh, der Daiger explodiert Sehr schön Dark hat ihn überfahren Servus, geh zurück Geh zurück, geh zurück Lass den Servus zurück Nach Ja, da hinten ist das Head Ja, da hinten ist das Head Ja, da hinten ist das Head Immer ne Minute halb gerade Blechwetter Jo Äh, über uns ne Wellkür Ja, das Böse Mack Rider Für uns kommt der Mack Rider Mack Rider Mack Rider Mack Rider Mack Rider Mack Rider Ich kann ihn alles beschießen Kannst... Der schießt... Der schießt... Da schießt... Der auch beschossen Ab bei Ich bin dabei Ist hier überhaupt noch was übrig? Schließlich ohne Sandnerer Da muss man stehen dann dann Wir sparen uns bitte alle die tot sind bei Warp Gate Wir werden jetzt hier auch gleich drauf drehen Dann machen wir von Warp Gate neu Weiter 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 Da oben die Skypen Ja, ich muss... Fahr, fahr, fahr! Fahr raus! Nein! Es leckt! Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Oh, Dach! Lol! Verwechst du im Standbild! Und jetzt hab ich auch noch 2 von uns geflasht! Was war mein Leben? Wie viele Leute hab ich gekillt wie der? Warum? Keine Ahnung, ich hab... Fängt jetzt die Operation an! Ich bin zu früh ausgestiegen, egal! Eigentlich hab ich ein Standbild jetzt grad! So! Wo Trinken? Warte, der holt sich gerade was zum Trinken! Bock geht, Jesus! Wie Trinken ist so wichtig! Pfff! Na, wir waren irgendwo da! Ich bin ja schon da! Trinken während der Operation! Gehen! Ich komm gleich wieder! Ich muss das Spiel neu starten! Ok! Passt auch! Jojojo! Ei von uns weisen! Nein, ist er noch drin? Naaaien noch nicht! Ja, ich bin grad Medic! Muss sie doch mal tauschen! Kannst du mal kurz aufmachen? Für die, die jetzt schon alles da haben, treffe es vorne bei einem Platoon-Wegpunkt, diese Feuerwehr bitte hinfahren. Na, da hat jemand ausgemacht. Danke. Habe ich aber nicht. Ja, dann bleibst du hier. Ach mein Gott, ey. Hey, so lange sie kommen, ich zum Drift. Jawoll. Ich sag, ich bin wieder da, Alter. Mach das mal, wenn wir auf dem Panzer treffen, das erwartet der nicht. Ja genau, Markus. Da ist er doch schön. Aber so nebenbei, ich glaube, dass andere Fahrwerk, wenn man besser lenken kann, für solche Aktionen besser geeignet sind. Ja, würde ich auch sagen. Weil die Sache ist halt, ähm, man muss viel lenken. Wenn wir einen McRider treffen, dann fange ich einfach an, so zu spüchen. Ja, warum sind bei Servus vier Leute drin? Ja, ich hab einen Random drin. Ja, und ich hab niemanden drin. Ich brauch noch einen zweiten Ganner, ich hab nur roter Rahn noch. Ich kann dir diesen Tank-Love-Cheese geben, der war's da bei mir drin. Ich glaub, wir haben keinen anderen. Ja, geht her. Ich brauch noch einen. Ich schmeiß ihn mal raus. Hey, ich kann ihn draufschmeißen. Ja, du musst jetzt topen Platon machen. Ne, wieso? Normal aufs X kann ich ihn so auch auswerten, oder? Ich weiß, aber manchmal geht das nicht. Okay. Ja, ein bisschen buggy. Dann musst du ihm sagen, wo er einsteigen soll, der Kollege. Du musst ihn anschreiben halt, ne? Ja, ich will noch Proximity gehen. Ja, nur mach ab. Ja, nur mach ab. Ja, sehr gut. Proximity G8 chatten. Also, der muss halt was denn weggeeckelt. Juhu. Ja, jetzt haben wir eh einen. So, das war dann auch die Sandra, der richtig drum drückt. Da gehen wir dauernd raus und rein. Fabian. Fabian, der würde sich wohl nicht einlegen. Wollt der nicht eh gehen? Ja. Ja, aber vielleicht doch. Ne, das war Freestyle. Ach, Freestyle, Mann. Jo, Drahtzieher. Kriegt hoffentlich noch irgendwann die Vorwärtskurve hin. Ich brauch noch einen zweiten Kanal. Immer noch. Ja, wir hatten auch gerade eben war. Wenn ich den soll doch nicht deswegen rum haben. Los, Gas geben. Ja, Daki, du könntest ja zu ihm rein, ne? Dann hätte er zwei gerne. Äh, ich seh jetzt vier Wegpunkte. Auf welchen soll ich jetzt fahren? Ja. Einfach mal los. Einfach mal los? Okay, kann ich auch machen. Ja. Ja, ja, ja. Habt ihr auch schön die Mord bezahlt. Quatsch. Gehen wir gleich selber in die Luft fliegen. Nein, nein, nein. Du hast da mal zurückfliegen. Ja, das war's. Das war's. Jetzt kommt der Mord. Ja, ich hab' ne, ja. Oh, ich wollte mit dem mitfahren. Ja, geht nicht. Bei mich darf keiner einsteigen. Nein, ich bin jetzt bei Lappen-Damer King. Ja, Basti. Das ist jetzt mein neuer Buddy. Ja, was sieht sie? Ja gut, Drazi ist ja auch gemein, schon was aufführt. Der drückt ihm immer rein. Was macht ihr da? Vielleicht kann ich noch mal, wo ich dich abbrechen muss, um Schlau zu verursachen. Der ist nur ausgestiegen. Der muss ja den Bremslicht nicht richtig finden, warum sind sie allein? Doch, Bremslicht funktioniert für alles, klar, keine Ahnung was passiert ist. Ja, soll ich jetzt auf die 700 Meter oder auf die 1500 Meter fahren? Ihr müsst auch dran denken, den Plinker zu setzen, wenn ihr abgeht.